Hallo und euch allen erstmal ein frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch wünsche ich noch nicht, es kommen ja noch ein paar Videos, ein paar sind noch in der Marre, müssen noch geschnitten werden, aber ich hoffe, dass ich das nächste Woche alles schaffen werde. Diesmal passend zu Weihnachten denke ich mal ein bisschen was Süßes und zwar die Dezemberbox von Tokyo Treat, wenn es sich öffnen lässt. Wird auch die letzte dieses Jahr sein, aber ein bisschen habe ich ja wie schon gesagt, noch ein bisschen rumliegen. So, welcome to the Tokyo Treat Family. To treat yourself. Ähm, ja. Scheint ein Gutschein zu sein, mal schauen. Ja, gucken wir mal rein, äh, da ist auch kein Heftchen diesmal drin, aber soll ich denn wissen, was das ist? Muss mal raten. Irgendwelche Fleischfrippen, so wie es scheint, äh, dann Chips sind wir dabei. Oh, Guntier KitKat. Das ist sehr lecker, finde ich. Da hatte ich mir ja in Holland auf einer Konne ein paar Packen gekauft. Dann irgendwas Erdbeerkrisp. Ähm, Trauben, Chinchan, Zeugs. Das scheint, wird wahrscheinlich irgendeine Art Traubenzucker sein oder so, irgendwas, was es die Denkfähigkeit erfüllt. Dann, was haben wir hier? Birne. Birnengedränk. Das ist... Das ist ein Pokémon? Ne, das ist kein Pokémon, ich sage mal was anderes. Äh, Umaybu-Stick. Dann... ...orgenwas mit Brause-Pulver. Das Do-It-Yourself-Teil. Ähm... ...orgenwas-Undefinierbares und nochmal so eine Art Chips, so wie es scheint. Ja, ähm... Hm, mal sehen, wie ich rausfinde, was überhaupt in der Box alles drinne ist. Ich werde die einfach mal anschreiben, vielleicht haben sie das Heft vergessen. Ja, dann bin ich auch schon durch. Feiert schön mit eurer Familie. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ciao. Bis in den nächsten Tagen dann.